Nein, das bieten Menschen im Internet an. Sie müssen sich bloß einen Namen ausdenken, 519 Dollar überweisen und dann haben Sie eine Briefkastenfirma. Ja, unglaublich. Auf diese Weise werden 16 Billiarden Dollar in Steueroasen versteckt. Wissen Sie was? Das machen wir jetzt auch. Ich spiele jetzt jemanden, der keine Steuern zahlen möchte. Sie meinen, Sie spielen sich selbst vor 10 Minuten? Ja, und ich möchte mit den Cashreserven nichts mehr zu tun haben, aber jederzeit darauf zurückgreifen. Gut. Wissen Sie, was wir machen? Wir gründen eine Briefkastenfirma, die Utov Unlimited. U2. Geiler Name für Steuerhinterziehung. Genau. Gut. Wie gehen wir vor? Ja, ganz einfach. Ich bleibe hier und Sie gehen in die Steueroase. Für mich als mein Strohmann. Strohmann pro bono, verstehe. Alles klar. Dann-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan-Tan. Och, ist aber ganz schön kalt für eine Steueroase. Ja, ist Delaware, USA. Durchschnittstemperatur 10 Grad. Ich dachte, ich gehe offshore. Na, Sie sind doch offshore. Weg vom Strand? Ist völlig trostlos hier und so einsam. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe Sie in einem Gebäude untergebracht, wo Sie sich mit 280.000 anderen Firmen den Briefkasten teilen. Das ist aber nicht sehr hygienisch. Aber sehr ökonomisch. Was ist das? Das ist die Director's Declaration. Ah, meine Ernennungsurkunde. Ja, mit diesem Schein werden Sie Direktor. Scheindirektor. Genau. Damit erklären Sie, dass Sie meinen Anweisungen folgen. Moment, ich dachte, ich bin hier der Direktor. Sie, ich zahle Sie nicht fürs Denken. Hier. Was ist das? The Purpose of attorney. Damit bleibe ich offiziell weiter Geschäftsführer. Bleibe ich Geschäftsführer, obwohl ich offiziell nichts zu sagen habe. Und hier. Moment, was? Was ist das? Ihr Resignation Letter. Moment, ich resigniere nicht, ich kämpfe bis zum Schluss. Damit bitten Sie um Ihren Rücktritt. Ich habe da noch gar nicht angefangen. Unterschreiben Sie jetzt. Okay, hier. Das Datum lassen wir noch offen. Ja, Moment, da können Sie mich ja auch im Nachhinein sozusagen kündigen. Natürlich. Ich muss mich doch absichern vor solchen Offshore-Hallo-Dries wie Sie. Leute, die solche Papiere unterschreiben, denen kann man doch nicht trauen. Auf... Auf gute Zusammenarbeit. Ja, ja. Und was jetzt? Jetzt machen wir mit dieser relativ einfachen Konstruktion sehr, sehr komplizierte Geschäfte, um ein bisschen Steuern zu sparen. Ah, Moment. Sie versuchen doch, Ihr Gelder am Fiskus vorbei ins Ausland zu schaffen. Aber nein, nein. Ich mache ganz legale Geschäfte mit Herrn von Wagner von der Uthoff Unlimited. Was für Geschäfte? Dienstleistungen. Herr von Wagner berät mich. Mach ich? Ja, los. Beraten Sie mich. Ja. Herr Uthoff, wie trinken Sie Ihren Kaffee? Schwarz. Dann sollten Sie keine Milch reintun. Hervorragend. Hervorragend. Hervorragender Ratschlag. Dafür zahle ich Ihnen 7 Millionen Euro. Dankeschön. Das ist Coffee Consulting. Und wo ist das Geld jetzt? Bei mir nicht. Ich habe nichts zu versteuern. Haben Sie das Geld? Was für Geld? Na, sein Geld. Oh, da muss ich nachschauen. Das ist, glaube ich, auf einem Schweizer Konto. Grüezi. Wer zum Teufel sind Sie jetzt? Ich bin der Mittermeier von der Credit Suisse. Hetzen Sie mich nicht. Ich bin im Stresstest. Und das ist jetzt das Geld von der Uthoff Unlimited? Herr Mittermeier, ich kann mich doch auf das Bankgeheimnis verlassen. Wer hat sie gefunden? Ja, fühlen Sie sich nicht zu sicher. Noch, bald ist Ihr doofes Bankgeheimnis genauso löchrig wie Ihr dover Käse. Bald? Bald? Ist bei uns in der Schweiz ein sehr, 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 dehnbarer Begriff. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Unser Geld ist in Sicherheit in der Schweiz, vermehrt sich da steuerfrei. Aber jetzt ist ein Problem, Sie kommen ja gar nicht mehr an das Geld ran. Aber natürlich, gar kein Problem. Ich zeige Ihnen das mal. So, da ist das Geld, jetzt werden die Steuern fällig. Das glaube ich nicht. Schauen Sie, jetzt mache ich ein Geschäft mit mir selbst. Ich nehme einen Kredit bei mir selbst auf. Und der ist steuerfrei. Das geht mir hier jetzt aber entschieden zu schnell. Sagen Sie mal, Herr Autof, wenn das so einfach darstellbar ist, dass selbst wir das schaffen, warum machen die Staaten dann nichts gegen diese Steueroasen? Ja, das ist doch gar kein Problem. Schauen Sie, das ist doch ganz einfach, diese Steueroasen. Die können mit den Steuern machen, was sie wollen. Das sind ja völlig unabhängige, souveräne Staaten. Ach so. Ja, keine Ahnung von Erdkunde. Was? Naja, bayerisches Abitur. Jetzt reicht es aber. Bitte jetzt. So, was haben wir hier? Die Kanaral-Inseln, Bermudas, britische Jungfern-Inseln, Cayman Islands. Das sind die großen Steueroasen. Fällt euch was auf? Ja, die sind ziemlich klein. Fast. Das sind sogenannte britische Überseeregionen. Die sehen aus wie eigenständige Staaten, sind es aber nicht. Die Regierungen werden von der britischen Königin eingestellt. Das heißt, faktisch gehören die zu England. Moment, das heißt ja, dass Großbritannien die so tun, als würden sie gegen Steueroasen vorgehen, selber Steueroasen betreiben? Richtig. Ja, aber warum? Da stelle mal uns mal ganz dumm und euch vor, ihr seid eine Regierung und wollt neoliberale Politik machen. Ah, Politik gegen die sozial Schwachen, Steuersenkung für Reiche. Ach, für so eine Politik kriegen wir in der Bevölkerung doch niemals eine Mehrheit. Außer? Ja, außer man schafft irgend so einen Sachzwang oder... Zum Beispiel? Steueroasen. In denen die Steuern viel niedriger sind als im eigenen Land. Da fließt dann das Geld hin. Und eurer Bevölkerung sagt ihr, ihr müsst den Reichen die Steuern senken, weil die sonst mit der Kohle in eine Steueroase abhauen. Das nennt man Steuerwettbewerb. Ach, und deswegen sind die Konzernsteuern in den letzten Jahren einfach, die haben sich halbiert? Ja, dann ist die Politik ja gar nicht machtlos. Nein, Klaus, das ist nur eines von den vielen unverschämten Märchen. Nicht gucken, Sie werden nie erraten, wer diese TTIPS im Grunde, im Prinzip erfunden hat. Das war nämlich... Deutschland. Das war Deutschland. Im Jahr 1959, gegen Pakistan. Naja, schauen Sie, die ganzen Unternehmen, die wollen ihre Investitionen schützen, das viele Geld, das sie da reingesteckt hat. Schauen Sie zum Beispiel Apple. Nehmen wir, aus einer Garage, zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Und alles ganz aus eigener Kraft. Ja, nicht ganz aus eigener Kraft. Das ist Blasphemie. Nicht alles ist Blasphemie, nur weil es Ihnen nicht passt. Hier, nehmen Sie mal iPhone. Ja, Apples großartigstes Produkt, wie Sie selber sagen. Hier, wunderbar, Kerntechnologien sind, ach was frage ich Sie, GPS, Internet, Multi-Touch-Display und irgendwas mit 11 Mikro-Festplatten. Alles staatliche Grundlagenforschung. Das ist steuerfinanziert. Ach Quatsch, geben Sie mal her, da frage ich mal jemanden, der deutlich seriöser ist als Sie. Siri, wer hat dich erfunden? Ich, Siri, wurde von Apple in Kalifornien entwickelt. Ah, ja, 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 Moment. Siri, was du wieder verschweigst, allein deine Grundlagen hat ein staatliches Projekt an der Universität Stanford gelegt. Leck mich am Arsch, du Klugscheißer. Haben Sie einen Kaffee? Nein, ich habe ein Problem. Ja, vor allem ein modisches. Ich bin Starbucks. Was sind Sie? Ich habe 40 Millionen Gewinn gemacht, vor Steuern. Ich bin am Ende. 40 Millionen, wie konnte das passieren? Ich weiß nicht, ich habe getan, was ich konnte. Sie verkaufen überteuerte Plöre in Eimern ohne Service mit Warteschlangen. Ja, und die Leute reißen mir das Zeug trotzdem aus der Hand. Das ist kein Grund, so viel Gewinn zu machen. Das soll auch nicht wieder vorkommen. Ja, das wird es auch nicht. Ich zeige Ihnen mal, wie man als Konzern in Europa legal die Steuer umgeht. Pass auf, wir machen mal aus Ihrem, sagen wir mal, Gewinn von, was haben Sie gesagt, 40 Millionen, einen Verlust von 60 Millionen. 60 Millionen Verlust sind Sie, wahnsinnig. Nein, das ist doch, das Geld ist ja noch da, ist ja nur verreist. Ach, wohin? Nach Holland zu Ihrer Mutter. Ach, Mama. Ich wusste gar nicht, dass ich so sozial bin. Natürlich sind Sie so sozial, Sie sind eine Tochter. Ach so. Von Ihrem Mutterkonzern. Ach so, ja. Und diese ganzen deutschen Starbucks-Fialen, die gehören zur Mutter. Na, die klammert aber auch. Ja, deswegen heißt sie auch Holding. So, relativ einfach. So, und der überweisen Sie jetzt Ihren ganzen schönen Gewinn. Ja. Wieso, wofür ist denn das Geld? Ja, damit Sie Ihren Namen nutzen können. Ach, aber das ist doch völlig unglaubwürdig. Den hat Mama mir doch einfach so gegeben. Und ich meine, Max ist ja auch nicht so wahnsinnig aufwendig jetzt als Namen. Nicht Ihren Namen, Ihr Namen. Sie sind Starbucks. Was glauben Sie, was das gekostet hat? Was hat es denn gekostet? Nichts. Das haben die aus Moby Dick geklaut. Ach. Wissen Sie, was die Figur Starbuck beim Moby Dick war im Roman? Steuermann. Und offiziell, offiziell zahlen Sie jetzt jedes Jahr horrende Lizenzgebühren, nur damit Sie diesen Namen nutzen können an Ihre Mama Holding. Und so werden aus meinen vielen, vielen Gewinnen ganz, ganz viele Verlusten. Moment, Moment, Moment. Jetzt ist mein Geld ja in Holland. Da kommt doch dann das holländische Finanzamt. Keine Sorge, die robben Sie nicht aus. Nein, die Gewinne aus Lizenzen, die sind da in Holland nahezu steuerfrei. Ach, und deswegen habe ich mit 160 Filialen in Deutschland in den letzten Jahren 0 Cent Unternehmenssteuern bezahlt. Ja, ha, oh, jetzt will ich auch mal das Arschloch sein. Seit wann ist der Sohn von Wilhelm Teller ein Arschloch? Ach, jetzt hören Sie mal. Ich bin Apple. Ach so. Wissen Sie, was mein Erfolgsgeheimnis ist? Das weiß doch jeder, Steve Jobs. Das ist falsch, nein, das ist Katie Kearney. Was ist das denn? Na ja, sagen wir mal so, das ist eine höhere Buchhalterin, Managerin, die gerne unerkannt bleiben möchte. Ach, und was macht die? Na, sie macht Apple. Also mich zu einem irischen Unternehmen. Jetzt kommen Sie mal ehrlich, Entwicklung und so, das findet alles in Kalifornien statt. zusammengeschraubt wird, das Zeug in China. Ja, und deswegen bin ich zum Großteil ein irisches Unternehmen. Nein, doch, warum? Wegen Katie Kearney. Die muss ja Unmenschliches leisten. Na, sie lebt in Irland. Irre. Ja, nein, sie ist Irin und sie sitzt in einer meiner Firmen der Apple Operations International als Vorstand. Ach, das ist eine Briefkassenfirma. Nein, die haben noch nicht mal einen Briefkasten. Wir haben nicht viel Platz, weil wir brauchen ein Konto, das groß genug ist, die ganzen Gewinne aus Europa, also fast alle. auf dieses Konto zu leiten. Und von da aus geht es dann in die Steueroasen. Ach, das gibt es doch nicht. Ja, das ist eben der Trick. Mich gibt es gar nicht. Ach so, Moment mal. Den Amerikanern sagen Sie, ihr Sitz sei in Irland. Ja. Und deswegen werde ich in Amerika nicht besteuert. Und den Iren sagen Sie, dass Sie von den Offshore-Inseln gemanagt. Und deswegen werde ich in Irland nicht besteuert. Das nennt man doppelte Nichtbesteuerung. Dann sagen Sie mal, Sie wertvollstes Unternehmen der Welt. Ja. Was ist denn da so in den letzten Jahren in Deutschland an Unternehmenssteuern geflossen? Ah, ich kann nicht genau sagen, 2011 waren es 201.000 Euro, 493. Ach, immerhin. Naja, es war eine Steuerrückerstattung. Ne, was? Ja, ich habe eine Steuerrückerstattung. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe Geld. So, jetzt will ich auch mal das Arschloch sein. Was sind Sie? Amazon. Oh, Moment, Moment mal. Was geht es an denen auszusetzen? Ne, die liefern doch recht pünktlich. Schon mal von Amazon eine Rechnung bekommen? Ja. Und was stand drauf? Fifty Shades of Grey. Oh, jetzt. Falsch, du Pinguin. Da stand drauf, Amazon, EU, Saar, Rüpletis, Luxemburg. Ist doch logisch. Das Buch wird geschrieben und gebunden in England, gekauft und gelesen in Deutschland. Und deswegen versteuern wir die Einnahmen in der Mitte in Luxemburg. Dann zahlen Sie halt in Luxemburg Steuern, oder? Mach ich auch. Ja. Ein Prozent, fast. Super Deal. Die Kinder, das ist nie mehr lustig. Weißt du, irgendwelche anonymen Reiche und Konzerne, die klauen den europäischen Staatsführung jedes Jahr eine Billion Euro Steuergelder. Mit einem Bruchteil davon. Da könnte man ja tatsächlich schon die Krisen in den Krisenländern, in den südeuropäischen Ländern, da könnte man die Krise beenden. Aber nein, wir sagen ja, das ist Demokratie. Da müssen die Millionen leiden, damit wir ein paar wenige Milliarden machen können. Und der Staat hilft mit, indem er sich mit Steueroasen selbst bescheißt. Deswegen müsste man es im Grunde gar nicht mehr Steueroasen nennen, eigentlich müsste man es Steuerkloaken nennen. Das ist gut. Aber jetzt ist das ja alles vorbei. Denn jetzt wird aufgeräumt. Oh ja, die EU-Kommission räumt jetzt auf mit Jean-Claude Juncker aus Luxemburg. Sagen Sie mal Amazon, mit wem haben Sie diesen perversen Ein-Prozent-Deal eigentlich ausgehandelt damals? Na, mit dem damaligen Regierungschef Jean-Claude Juncker aus Luxemburg. Jetzt erzählen Sie wenigstens kein Bullshit mehr. Und damit sind Sie wieder Mehrwertsteuer befreit. Was denn? Die Analyse ist doch da. Was sitzen Sie hier rum? Jetzt müssen Sie aktiv werden. Wie will man denn jetzt Leute für gerechte Konzernbesteuerung mobilisieren? Na ja, also ich hatte da zumindest mal transparent gemacht, aber wollen Sie es sehen? Ja, schauen wir es doch mal an. Hier. Gemeinsame, konsolidierte, Körperschaftssteuer, Bemessungsgrundlage, jetzt. Gut, zugegeben, ist ein bisschen sperrig. Ja, ich weiß auch was. Freunde, komm jetzt, geht's nicht auf, komm geht's nicht auf. Was denn? Hey, das kann nicht funktionieren. Aber wenn ihr Konzerne wie Starbucks mal richtig reintreten wollt, dann müsst ihr das über die Kunden machen. Verstehst du? Über die Kunden. Aktion. Verstehst du? Auf Facebook, auf Twitter. Handys raus. Filmen. So, pass auf. Kids. ZDF. Lebende. Pass auf. Und dann geht ihr zu dem Cappuccino-Sepp hin und sagt, hey Barista, du gibst mir jetzt ein wenig Frappuccino mit Haselnuss-Dressing und Schokostreusel. Dann nimmst du ihn, dann trinkst du. Und dann, boah, boah, der schmeckt nicht, da sind keine Steuern drin. Und dann, pass auf. Und dann nimmst du ihn. Ja. Alles wird gefilmt, du nimmst ihn und du kippst in dir diesen Eiskaffee über den Kopf, verstehst du? Und du stellst den Film dann auf Facebook, Twitter, Hashtag Starbucket-Challenge. Super. Ja. Ich nominiere die Zuschauer der Anstalt. Ja. Und ich nominiere Klaus von Wagner. Und ich nominiere Michael Mittermeier. Ich nominiere Cyn Mayer. Ja. Und ich nominiere Max Unterhoff. Also Mensch. Männer. Für die Steuer. Ja. 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 Vielen Dank.